Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du online Geld verdienen kannst mit Notizblöcken. Und das ist wieder mal eine der Sachen, wo man sich so denkt, so verdammt, wieso bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Oder mit was kann man alles Geld verdienen? Du brauchst keinerlei Reichwerte, es ist aber im gewissen Punkt ein passives Einkommen und du kannst vor allem damit innerhalb von wenigen Tagen sofort starten und es ist eine Komplettanleitung von mir, von daher schau das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Es ist keine Schnellreichwerden-Methode, du musst dafür immer noch was machen, aber es ist überschaubar, das wirst du im Laufe des Videos sehen. Unsere Reise hier von dieser Geschäftsidee beginnt auf Amazon und es ist wirklich Wahnsinn, mit was Leute Geld verdienen und mit was du dann letztendlich auch Geld verdienen kannst. Dann ist es wirklich verrückt, aber du wirst es sehen, ich zeige es dir jetzt gleich mal an einem Beispiel. Wir sind jetzt hier bei den Büchern, bei Taschenbüchern und E-Books hier bei Amazon und das Ganze kannst du eins zu eins nachmachen. Wir schauen uns mal hier ein Beispiel an, das Entrepreneur Mindset Notebook Journal und das Ganze ist nichts anderes als ein Notizblock mit einem hübschen Cover und einem hübschen Namen, nämlich dieses Entrepreneur Mindset Notebook ist nichts anderes einfach als ein Notizblock oder hier Journal steht auch noch da, also wie in einer Art Tagebuch. 100 Seiten umfasst das Ganze und ich zeige dir jetzt mal, was in diesem Buch so dritten ist und dass du das eben auch wirklich simpel nachmachen kannst. Du siehst es hier, ein schönes Cover und dann kommen nur noch linierte Seiten, über 100 Seiten, nur noch einfach ein Notizblock. Also wirklich nichts Schwieriges, keine großartigen Designs oder sonst was, das Einzige, was hier Eigenleistung ist, ist im Prinzip dieses Cover und dass man es auf Amazon gestellt hat. Und natürlich, du sagst es vielleicht, okay, ein E-Book als Notizbook macht keinen Sinn, das Ganze ist aber ein Taschenbuch und ich zeige dir auch, wie Amazon das komplett für dich regelt mit dem Taschenbuch. Du musst nur eine Datei hochladen und hast dann dafür keine Kosten. Und zwar verkauft er es hier für 7,34 Euro und das Ganze hat er kostenlos hochgeladen bei Amazon. Und er hatte im Prinzip entweder, er hat das komplett selber gemacht, dieses Cover, oder er hat sich dieses Cover eingekauft und dann das bei Amazon hier hochgeladen. Bei KDP, das ist Kindle Direct Publishing, also du kannst E-Books und Taschenbücher hier selber veröffentlichen. Im Selbstverlag brauchst du also keinen Buchverlag oder sowas und kannst das komplett kostenlos machen. Und das Ganze, wie gesagt, im Selbstverlag innerhalb von 24 bis 48 Stunden ist das Ding auf Amazon und du verdienst damit Geld. Und du brauchst halt auch keine Leute da irgendwie hinschicken, weil auf Amazon sind genügend Leute, die sowas kaufen. Du kannst dich hier kostenlos registrieren bei Amazon KDP, such das einfach mal bei Google, da kommst du relativ schnell drauf. Das machen ganz, ganz viele Leute schon als Business und du wirst, wie gesagt, innerhalb von 24 bis 48 Stunden freigeschaltet und kannst dort deine Bücher hochladen. Du bekommst 70 Prozent des Verkaufserlöses und das ist natürlich schon eine Menge, wenn du überlegst, dass der Aufwand dafür eigentlich relativ gering ist. Gerne auch dafür mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn du das genauso findest. Und wir schauen uns das mal ganz kurz an in den KDP-Richtlinien, beziehungsweise hier in dieser Anleitung von Amazon steht auch drin, du brauchst eigentlich nur ein Manuskript, also im Prinzip das wären jetzt in dem Fall diese linierten Zeilen und ein Cover. Und das war es auch schon, das ganze Hochladen bei Amazon KDP und es ist auf Amazon veröffentlicht und du erreichst täglich eben potenzielle Kunden. Und wie machst du dieses Cover? Entweder du machst es selber, wie machst du den Inhalt, also diese linierten Zeilen und eventuell noch andere Sachen, das zeige ich dir auch noch im Video. Das kannst du hier zum Beispiel bei Fiverr einkaufen. Fiverr ist nichts anderes als eine Plattform zum Einkaufen von Dienstleistungen. Und wenn du dort mal nach Workbook suchst oder nach Notepad, das ist im Prinzip, also das ist alles auf Englisch, ist aber nicht so schwierig, weil wie gesagt, es ist ja eigentlich selbstverständlich, was du hier haben möchtest und du siehst ja auch in den Bildern, was die Leute hier anbieten. Und das ist wirklich sehr, sehr günstig, was hier angeboten wird. Dort kannst du zum Beispiel ein Cover für unter 10 Euro einkaufen und auch den Inhalt. Also wie gesagt, entweder du nimmst einfach ganz simpel diese linierten Zeilen, die kannst du auch selber machen mit Word. Oder du lässt dir hier auch noch mal innen drin ein paar Illustrationen machen oder ein paar schönere Designs, die du halt dann einfach auf 100 Seiten streckst. Ich zeige dir das jetzt aber mal im Detail, was ich hier wählen würde und was es hier für Optionen gibt, denn es gibt nämlich noch andere Optionen, als jetzt nur diese normalen Zeilen einzufügen. Denn das mit den Zeilen ist natürlich schon sehr, sehr einfach, aber es gibt hier auch noch andere Möglichkeiten, dass du damit Geld verdienst und jetzt nicht nur irgendwelche Notizbücher anbietest, sondern vielleicht auch ein bisschen hochwertigere Sachen, für die du natürlich dann aber auch mehr Geld verlangen kannst. Zum Beispiel gibt es hier so eine Art Daily Planner, du siehst das hier, das wäre so eine Art Tagesplanungsnotizbuch, also wo du quasi so eine Vorlage hast, die kannst du dir hier designen lassen für auch 10 Euro, ich glaube 8,99 waren es. Und dort kannst du dann auch zum Beispiel Kalender oder sowas, also was Leute sowieso immer wieder hernehmen und vielleicht auch sogar neu brauchen irgendwann mal. Das heißt, du kannst dann auch Nachfolgegeschäfte noch abschließen. Und da geht es im Prinzip nur darum, dass die hier auf Fiverr dir sowas hier designen quasi, also anstatt jetzt nur so ein Liniendesign zu haben, kannst du das Ganze ein bisschen aufwendiger machen, du siehst es ja hier, kannst denen einfach sagen, hey, ich möchte zum Beispiel ein Fitness-Tagebuch, ich möchte ein Unternehmer-Tagebuch, ich möchte ein Tagebuch für Leute, die sich Rezepte aufschreiben wollen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht, wenn dir andere Sachen noch einfallen, andere Ideen, schreib das gerne mal in die Kommentare. Aber du siehst es auch hier, Workbook-Receives, also diese Rezepte, Checklisten, Dinge zum Abhaken. Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die du hier nehmen kannst. Und du kannst auf Amazon KDP auch so viel hochladen, wie du möchtest. Das Ganze wird von Amazon zwar überprüft, aber wie gesagt, wenn du einfach nur so ein Notizbuch hochlädst, das wird akzeptiert von Amazon. Ist die Frage, ob sie das noch ewig so machen, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die das schon machen und damit auch gutes Geld verdienen. Aber natürlich ist es jetzt nicht so qualitativ hochwertig, wie jetzt so ein richtiges Taschenbuch mit Inhalt, mit Geschichten, mit Romanen und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem noch machbar und von daher kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, das auch kurzfristig noch umzusetzen, weil man weiß nie, wie lange sowas noch geht. Aber es ist im Prinzip einmal Arbeit. Du siehst es auch hier mit dem Cover, was erstellt wird. Und dann wird es eben hochgeladen auf Amazon und es verkauft sich dann passiv. Ein Beispiel für ein wesentlich hochwertigeres Buch, was aber auf dem selben Kontext basiert, wäre zum Beispiel das Sechs-Minuten-Buch-Tagebuch. Da sind auch noch richtige Notizen drin, beziehungsweise richtige Illustrationen. Da sind noch ein paar Mehrwerte dabei, in dem hier noch kleinere Erklärungen, Motivationssprüche drin sind und eben auch noch ein paar andere Sachen. Du siehst es hier, wo man zum Beispiel irgendwelche Sachen bewerten muss von seinem Tag oder wo man irgendwelche Sachen auf einer Liste ankreuzen muss, wo noch kleine Erklärungen daneben stehen, wo noch kleine Texte dabei sind. Das ist natürlich noch wesentlich umfangreicher als jetzt nur so ein einfaches Notizbuch, aber letztendlich, du siehst es auch hier am Preis, das Ding kostet fast 20 Euro, ist aber ein Bestseller sogar auf Amazon, weil es eben noch mehr Wert bietet, weil es noch aufwendiger gestaltet ist und dementsprechend kannst du das eben alles, wenn du es nicht selber designen kannst, auch bei Fiverr designen lassen. Im Prinzip geht es nur darum, dass du eben so eine Vorlage bietest, es muss kein großer Inhalt drin sein, sondern wirklich nur so ein Rahmenkonstrukt, wo du den Leuten quasi die Möglichkeit gibst, okay, dass sie dort irgendwas eintragen, es muss natürlich nützlich sein und auch noch hübsch ausschauen, aber du siehst auch an dem Beispiel hier, dass es möglich ist, einfach nur mit so einem simplen, einfachen Notizbuch auf Amazon online Geld zu verdienen. Von daher, das mit dem Cover ist auch schnell erledigt über Fiverr und deswegen kann ich das wirklich nur sehr empfehlen. Ansonsten, apropos empfehlen, kann ich dir natürlich auch meinen Kanal, den zu abonnieren, schreib auch gerne in die Kommentare, wer dein Feedback zu diesem Video, ob du noch mehr solche Videos haben möchtest und gib auch gerne natürlich deinen Daumen nach oben. Und ansonsten für alle, die diesen Kanal noch nicht kennen, ich lade alle zwei Tage hier ein Video hoch zum Thema Geld verdienen im Internet und würde mich wirklich wahnsinnig freuen über dein Feedback und natürlich auch, wenn du unserer Community beitrittst und diesen Kanal abonnierst. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Notizblöcke auf Amazon hochladen, ist wirklich keine große Sache und wünsche dir, wie gesagt, viel Erfolg, alles Gute und viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Mach's gut, dein Flo Ferell.